Wir sind hier im Restaurant. In einem deutschen Restaurant. Da steht mich gut drauf. Guten Tag. Möchten Sie was zu trinken? Ja, haben Sie ein alkoholfreies Bier? Natürlich. Dann nehme ich ein alkoholfreies Bier und einen doppelten Korn. Okay, gut. Möchten Sie auch was zu essen? Ja, vegetarisch wäre toll. Haben Sie eine vegetarische Vorspeise vielleicht? Eine Hühnersuppe ohne Huhn. Dann nehme ich die Hühnersuppe ohne das Huhn und den doppelten Schweinebraten. Den doppelten Schweinebraten? Mit oder ohne Pommes? Mit alles. Mit allem? Gut. Mit alles. Möchten Sie nachspeisen? Nachspeisen, ja. Haben Sie irgendwas ohne Laktose? Laktosefreies Eis vielleicht? Ja, Milch-Eis. Also Vanilla. Hör auf! Sie hat mich vorgesucht. Die Kamera aus. Weiter, weiter, weiter. Ohne. Dann nehme ich das Laktose-freie und Ticheis. Aber mit Doppelzahne machen Sie ordentlich Wunsch. Ja, gut. Okay, gut. Tschüss. Möchten Sie noch ein Getränk? Haben Sie Rümpftel. Ja. Haben Sie auch irgendwas mit Alzheimer? Ja. Komm, mir mal zuvor. Und die Rechnung bezahle ich dann komplett. Möchten Sie die Rechnung komplett bezahlen oder einzahlen? Nein, getrennt. Getrennt.